Überall auf der Welt geschehen jeden Tag unzählige Ereignisse. Journalisten recherchieren diese und entscheiden dann, welche davon veröffentlicht werden. Nach dem Absturz des Germanwings Airbus im März 2015 kommt ein Foto in Umlauf. Es zeigt den angeblich verantwortlichen Co-Piloten, der das Flugzeug an einer Bergwand zerschellen ließ. Später kommt heraus, der Mann auf dem Foto ist jemand anderes. Aber da belagern die Journalisten schon die ahnungslose Freundin des verwechselten Mannes. Katastrophenberichterstattung erhält oft Spekulationen und Mutmaßungen. Immer wieder werden sie in Extremsituationen ohne endgültige Absicherung veröffentlicht. Danach hagelt es meist Kritik und Eingaben beim deutschen Presserat. Heute feiert ihn die Medienszene. Seit 60 Jahren beschäftigt sich der Presserat mit Beschwerden über die Arbeit von Zeitungen und Zeitschriften. Bundespräsident Joachim Gauck würdigt heute den Presserat bei einem Festakt in Berlin. Aber zurück an die Anfänge dieser Institution. 1956 droht der damalige Bundeskanzler Konrad Adenauer, eine Kommission einzurichten, um die Presse zu regulieren. Das versetzte die Journalistenbranche in Aufruhr. Als Bollwerk gegen politische Einflussnahme gründeten sie den Presserat. Die Arbeitsschwerpunkte der ersten Jahre betrafen vor allem das Verhältnis von Presse und Staat. Im Laufe der Zeit wandelten sich die Aufgaben von Beschwerden gegen den Staat zum Vertreten der Leserschaft. 1973 schreibt der Presserat die Grundsätze für die publizistische Arbeit im Pressekodex fest und überreicht diesen Altbundespräsident Heinemann. Mit dem Pressekodex ist ein Instrumentarium entwickelt worden, an dem seither alle journalistischen Leistungen gemessen werden, die das Gremium zu beurteilen hat. In den Jahren 82 bis 85 steckt der Presserat in einer Krise. Wegen der ungeklärten Frage des Abdrucks öffentlicher Rügen lassen die Journalisten ihre Mitarbeit ruhen. Der Presserat stellt seine Arbeit vorübergehend ein. In den Jahren darauf weitet der Presserat seine Zuständigkeit aus, überarbeitet seinen Pressekodex und gewinnt mehr an Bedeutung als Organ der freiwilligen Selbstkontrolle. Wenn Zeitungen oder Zeitschriften gegen den Pressekodex verstoßen, kann der Presserat einen Hinweis, eine Missbilligung oder eine Rüge aussprechen. Letztere muss, die anderen können abgedruckt werden. Zwingen kann der Presserat die Verlage nicht. Im vergangenen Jahr gab es 2538 Beschwerden. Im Jahr 2010 werden 1661 Beschwerden von Lesern eingereicht. Seit der Gründung des Presserats hat sich die Medienwelt grundlegend verändert. Der Aktualisierungsdruck ist hoch und durch die sozialen Medien kann jeder seine Meinung öffentlich machen. Auf den Plattformen Twitter und Facebook diskutieren nicht nur Leser, Hörer und Zuschauer, sondern auch Journalisten selbst über medienethische Fragen. Heute, wie vor 60 Jahren, sind die beiden wichtigsten Ziele des Presserats, für die Pressefreiheit einzutreten und das Ansehen der Presse zu wahren. erleben drei Vielen Dank.